Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer kleinen PSN-Freundeslisten-Video. Gibt's das wirklich? Na, wirklich? So, was hat das alles denn auf sich? Und zwar, ich habe eine Datei geschenkt bekommen und zwar unten dieses Auto. Dann darf ich das leider jetzt nicht größer machen. Ihr seht das wahrscheinlich. Es ist ein Polizeiauto von Nordrhein-Westfalen. Wenn ich es größer mache, ist mein Video nämlich gesperrt. So. Ja, so ist das. YouTube halt. Und herzlich willkommen zu der PSN-Freundeslisten, die ich euch versprochen habe. Und das erste, was wir machen, war die Analyse. Wer spielt was? Also, wir haben hier einen Black Ops-Spieler am Start, einen Grand Theft Auto 5-Spieler, noch einen Grand Theft Auto 5-Spieler. Einer da ein bisschen singt. Was guckst du, ey? Yo, Digga. Ähm, ähm, warte mal. Bereit. Da war ein Star, der spielt gerade Singstar. Ach, Leute, ich habe so ein geiles Lied im Kopf. Da, 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 da. Da, 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 da. Ach, Bossos, Leute. Bossos, das geht ab. Leute, ich sage es euch, das ist meine absolute Lieblingsband. Habt ihr auch eine Lieblingsband? Hört ihr auch gerne was? Hört ihr gerne Hip-Hop? Hört ihr gerne Bushido, Sido, Adel Taville, Christina Stürmer oder was weiß ich hier? Der Musikgeschmack ist natürlich immer ein bisschen komisch, so, weißt du? Manche stehen eher auf Balladen. Manche stehen eher auf Hip-Hop, was natürlich in der Jugend so in ist und so. Ja. Vielleicht erkennt ihr euch hier wieder. Wieder, Pokémon ist auch im Start. Der Troll, das ist das berühmte Trollface. Das hier Schweiz, Gritzi miteinander. Ich grüße alle Schweizer Abonnenten. Weg, Sotix, Selix. Und Leute, die es nicht mehr reingeschafft haben, weil die PS3, PSN-Freund, das ist ja leider zu voll, ist. So leid es mir tut. Google. Kennen wir alle? Eine der größten Suchmaschinen der Welt. Jeder war schon mal auf Google. Wer noch nicht auf Google war, der hat was verpasst. Und zwar gehen wir da jetzt mal drauf auf meinen Kanal, der junge Zocker, und schauen einfach mal, was überhaupt geht. Ist ja schon alles vorgespeichert. Cool. Ich bin ja jetzt in einem Clan drin, in einem GTA V-Clan, wer es noch nicht weiß. Und, ähm, ja, ich wollte mich einfach nochmal bedanken für 169, 619 Abonnenten. 121.000 Klicks, Leute. Ihr seid echt die allerbesten. Und hier habe ich ein geiles Video. GTA Fly. Drei Klicks, Leute. Oh, danke, ey. Ihr seid die besten, Alter. Drei Klicks. Perfekt, würde ich mal sagen. Das ist so nett von euch, dass ich drei Klicks habe. Oh, 24 Klicks schon. Und was habe ich da unten? 15.000. Da kriege ich allein ja schon 400 Klicks am Tag. Jo, Leute. Ich sage jetzt ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Bleibt cool. Und hier seht ihr mich nochmal beim Surfen. Auf der Welle. Ciao.